Hallo meine kleinen Bastelschlawiner, das ist ein ganz kurzes Infovideo und zwar an die Leute, die mir E-Mails geschrieben haben, die mir Kommentare geschrieben haben, die mir was weiß ich was geschrieben haben. Ich kann leider zur Zeit nicht antworten, also ich könnte es, aber es würde dauern und dauern und dauern, deswegen, ja, das würde mehr Schmerz bereiten als jemanden eine Freude. Deswegen, es tut mir, tut mir saumäßig leid, dass ich jetzt in den letzten zwei Tagen nichts beantwortet habe. Das wird jetzt auch schriftlich wahrscheinlich erstmal länger so weitergehen. Ich versuche ein paar Sprachaufnahmen zu machen und euch per Sprachaufnahme zu antworten, wenn es geht. Das geht halt leider unter den Kommentaren nicht. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ganz kurz an die liebe Evi. Die Evi, dein Backerl ist immer noch nicht angekommen. Aber das wird schon noch angekommen. Ich glaube, heute kommt es. Du verstehst mich. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich lade heute noch einen Haul hoch und hoffe, der gefällt euch und hab euch ganz tolle lieb. Hab euch lieb. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder.